Ich hab Dings hier, ich hab Sonntag Borderlands getaugt. Und? Zwei? Ja. Wir müssen eh noch mal alle zusammen Borderlands spielen. Ja, Mann. Ja, Dinah. Es haben schon drei Leute jetzt. Morgen Borderlands. Du solltest erst mal connecten hier, David. Ja, ich weiß. Mein Leute soll abkacken. Borderlands, ich guck mal eben. Kommt der Platinrahm. Ich glaub, ich hol mir den. Ich hol mir den. Ich hol mir den. Ich hab Naruto. Geil. Also die Story ist geil. Geht so, ne? Nein, vom Spiel. Was du auf 7 hast. Ich... Ja. So wie die anderen Teile. Mach mal die zu mir, bitte. Die Teile schön aus. Was soll dieses Kampfspiel? Ja. Äh... Wie heißt das? Ultimate Ninja Storm Full Burst 3. Genau. Was für ein Name? Ja, heißt das. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst. Haben die da so zwei Zeilen für den Titel gebraut? Äh, ne. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf Zeilen. Gut. Naruto Shippuden ist halt, äh, zwei Zeilen und dann Ultimate Ninja eine Zeile und dann Storm eine Zeile und Full Burst eine Zeile. Und dann noch die drei so ganz groß rechts. Michi, hast du schon durchgezockt die Story? Klar. Und du weißt, wo wer hinter der Maske ist, oder? Ja. Obito? Oh, ich kannte den bis zum Ende nicht. Kam hinter der Maske so ein anonymos Typ auf einmal. Oh, Mann, jetzt hast du noch keine Spoilers. Wie? Du guckst auch nach Naruto? Das wusste ich jetzt nicht. Jetzt guck ich nach Naruto. Wer bist du denn? Ich kann dir alles erklären. Das wusste ich nicht, Mann. Oh, Mann. Oh, das kam doch schon. Ich guck das auch nicht. Nee, kann ich nicht. Toll, ey, jetzt kann ich das auch nicht mehr weitergucken. Das war eigentlich der einzige Sinn. Ich wollte wissen, wer das ist. Das ist ja doch gar nichts. Ich höre Sarkasmus. Ja, ja, klar. So, die hat sie gesagt, wer ist immer noch mit der Maske? Das weißt du selber. Das hast du hier verteilt. Ja, 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 ja. Alles klar. Was hast du denn gedacht, Mary? Was hast du denn gedacht? Na, ich dachte, das wäre da keine Ahnung. Weiß was ich? Oba war ich nicht. Oba war ich nicht. Oba war ich nicht. Es gibt drei Theorien. Vielleicht gibt es hier der Typ, der damals als Etage angeklagt wurde, wo das er in ergeblich oder was heißt, angeklagt oder wo er als Verdacht war, wo der Typ stoffen ist. Nein, 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 nein. Diese Theorie ist zu trocken. Zu trocken. Ich habe da, ich habe da im Forum seit Jahren schon, also, schon lange. Was kommt denn die neue Folge raus? Was? In der Woche, keine Ahnung. Hey, David. Donnerstag. 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 Oh, ich kann nicht mehr so lange warten. Was ist mit David? Was passiert denn Donnerstag? Eine Ahnung, da kommt die Masse in der Woche raus. Ja, was passiert denn da? Wir sind jetzt im Krieg. Die ist nur kaputt. Also, der hat sie zu abgenommen und dann war er schon unten. Ist unten. Ja, aber haben die auch gesagt, wer das ist? Ja, ja. Okay. Ein Anime? Haben die schon gesagt? Dann hat er das doch an ihr Dings Reaktion gesehen. Ich nehme den da unten ein, weil ich habe keine Schuhe. Wieso kamst du in die Schuhe? Ah ja, genau. Im Anime kam es schon. Aber in dem Spiel haben sie es nicht gezeigt. So war das. Im Spiel haben nur gezeigt. In dem Full Burst haben sie nicht gezeigt, wer dahinter steckt. Also die Maske zwar kaputt gegangen, aber die haben es halt nicht gezeigt. Guck mal, die lassen mich in Ruhe. Halt die mal auf. Ja. Kann, ich bin geschlungen. Ich will mal Caitlyn fokussen. Ich habe einen Mann an etwas zu treffen. Oh. Ah ja. Oh. Oh, ich habe ihn dir gesehen. Auf. Ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn gesehen. Oh! Oh oh! Oh. Oh Man kann ja immer Aram spielen Achem Aram sag ich schon Aram Du hast noch den Kill bekommen Für die Dinge Ich bin der König Ich bin der König Was ist der König David Hau dir nach oben Fuckin Jacks Ach die kaputt du bist Platin Richtig Abschauen Hier ist Jacks Jacks Uuuuh OP-Champel Ey 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 Uuuuh ich bin Fake Platin Uuuuh ich hab mir den Account gekauft Du und Gold Uuuuh Halt dir auf Ich bin zu low Oh mein Gott Hahaha Du ist der Scheiße Ich bin immer alleine oben Ohne Shit Ich musste Jacks grad helfen Der ist Fake Platin Guck die Elis Die räumt ab ey Echt so ey Weil mein 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 Dingsle Äh Hat grad meine Sprachwiederholung gemacht Nein 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 Oh TTC Oh diese Catelyn Das ist ne richtige Bitch Asiopur Elfusion Bam Oh lel Leel 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 Komme ich komme Ich komme Ich bin vor Michael Gebeben Spitz Fuck Oh ja Boah Da hab ich gekrüppelt Da hab ich gekrüppelt Da fixe Fixi 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 es ist die Sätelehrer der Wiener 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 oh mein Gott was hat das für eine Bombe kommt er keine Ahnung kürzelt was ist haben derweil neben 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 gemacht ich bin gleich da ich renne schon mal vor rein der pokal ist so ziemlich der spaßigste skill des spiels ich mach die fertig aber zu zweit warte 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 auf geht auf geht auf geht hopp 6 ich denke den shit AAAAAH! Oh nice, the Jukes! Und... the Double King! Keine Fugos, Caitlyn, sie sind schlecht! Schlecht! Dematch, Cleared! Wow. Der Dodge, der Dodge! Oh mein Gott. Ups. Sie hat schon 6 kills, ne? Diese Lies! Ey, wieso bleibt sie stehen, die Mary? Äh... Weil Tannen will ständig so'n Scheiß-Teil des Dings und ich hab keinen Bock mehr. So, du bleibst scheiße, passen wir. So, mit dem Farmer weg hier. Huh? Ach so, du weißt du genug, aber... Komm her, Mary! Hilfe! Ja, aber wenn die Minions nicht gepusht werden... Oh shit! Jetzt brauchst du nicht eingeschlichen, komplette Spinne! Oh shit! Hehehe, ich rote... BKh! Nikozil! Oh ho 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 ho! Alter, der Damage! Nicht das Damage, die Damage! Aaaaah! Oder seid ihr beide weg? Nein! Nein! Will mich! Will mich ziemlich dicht! Ich warte mich an. Kedlin rasiert uns übelst. Elise, Elise, warte! Karis hat dich nass gemacht, oder was? Ja. Die Pokal, ey. Warte mal Hilfe, ich hab vorbeikommen. Oh, shit. Oh, shit. Don't worry, I got this. Cheeseburger, man. I got these cheeseburgers, man. Jesus, man. Hey, die Kedlin. Ihr vollidioten. Was ist das, Blitz? Lill! Was ist das? Lill! 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 Bärby, los! Oh, gerade. LOLL! Er bleibt aber einfach stehen! BAM! Da renne ich schon zurück und will ihm helfen, weißt du? Äh, Lex, sorry. Lill! Lill! Fuck it! Ich komm, ich komm, ich komm da! Oh, die wollen nicht! Will ich runterkommen? Ich komm runter, ich komm runter, ich komm runter. My Jigs fertig. Halt ihn auf, halt ihn auf! Halt, hör dich schnell down! Ja, krass. Doch, kannst du. Dein Leben für in Asyl. Ich komm, 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 komm! Oh, nice! Auto-Attacking, Auto-Attacking! Es schnellt sich! Mhhh! Weg mit ihm! Gib ihm! Nein! Nein! Oh, ernsthaft! Ey, wieso... Oh! Ich wollte gerade sagen, wieso funktioniert das bei mir eigentlich nicht, wenn ich eine Falle entleg, dass die sofort funktioniert. Oh, lord. Ich hab nur noch eine. Was ist das für ein Fight da unten? Gut, geht ab, Jermal. Oh, ho, ho, ho! Der King, Elisabeth, der King. Ending. Oh, shit. Oh, shit. NOOOOO! Oh, oh! Autattack? Sunfire! er hat verbreitet gerade sagen die einen dämmt ich kann nicht nach fliegen er hat Du hast mehr Jungfrau, Mann? Ah, mehr Jungfrau? Wer ist die? Ariel! Ja genau, Ariel! Kroan! The Captain, please! Ticks, ey! Voll Noob Champ! Kann das sein! Los, los, Adventures! Los, rein! Adventures! Weißt du was? Meinst du uns mit den Avengers? Ja. Äh, ich glaub, die ist da vorne drin. Ich glaub, die liegt da drin. Pum! Jungfrau ist voll der krasse Champ, ey. Macht Bock! Der hat König und seine Pilzen an. Los! Oh, wie groß ich bin! Ja, nee, geh auf mich! Die definitiv, nein! Ich halt die auf, ich halt die auf! Urgh! Ah! Oh! ZX, ZX! So useless! Good job, guys! Ich bin der Dinger noch mit! Good job! Good job! Ihr Noob! Kann man nix machen! Wow! Noob Team ist Noob! Wow! Wow! Ah, die Caitlyn! Ah! Pam! Hm! Dies ist over! Ist das so? Oh! Oh! Ah, die übernehmen! Das Gesicht! Ich erwarte auf mich, Amateur! Nein! Nicht lang! Wir haben gleich gewonnen! Hoffe ich! Deine E-Skills musst du noch ein bisschen üben! Ich weiß! Ja, der wurde auch geputscht! Nur halt zu Gold, nicht zu Platin! Der wurde von diesem THC auf Bronze 4 geputscht! Ah, Mary! Das ist echt so! Das hätte ich sonst nicht geschafft! Nee! Wirklich Nisier! Du Stronk! Ja! Bleib durchstehen! Da ist einer! Kommt! Komm! 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 Ich will leben! Jetzt komm ich! Boom! Weih! Weih! Oh 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 weih! Geh weiter! Geh weiter! Shit! Der Jack ist zu klug für mich! Klug! K-L-U-K! Please! Oder Käfer! Käfer! Ich will von der Dragonito nicht hier raus! Gehen den Chipser ist es drauf! Ja klar! Ja klar! Ja klar! Diese... Shit! Du musst wohl Six kommen und den Truck retten! Ja! 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 Was denn du Bitch! Mach die doch kalt! Mach sie doch kalt! Nein! Nein! Bitch! Ah! Was ist das denn? Ah! Diese Bitches! Das ist ein Teff! Ein einfacher König! Ja! Ich hole mir diesen Van Damme! Hammer! Wieder! Der ist cool! Pfff! Halt sie auf! Halt sie auf! Ich bin Schwanz und Van Damme! Genau! Ich zeige da einen von Marus! Mein Schwanz! Ey! Von wo kommt das? Von weh wohl? Ja! Aber welches Track? Wissen du das? Mein Gott! Ähm! Das ist glaube ich bei... Frankfurt meine Stadt! Achso! Ja! Frankfurt! Das ist Frankfurt und nicht Mittelborn! Ja Leute! Du hast Bord wieder hingenommen! Diese... Dulti! Oh mein Gott! Hä? Oh! Doch drinnen! Oh! Gott die Eingeserdeh! 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 Das ist so klar! Well played! Das mit der Kirche Möse! Easy! Mit vielen Kugeln! Das kill! Oh! Bei einer in den Treff gelaufen! Da! Oh Gott! Show me tanky! Oh shit! Die Eingeserdeh! Was machen wir jetzt? Jungs! Wir haben nur noch 200 Punkte! Jungs und Mädels! Ja mach doch den Jicks fertig! Spacken! Ohhhh! Oh! Oh that way! Ja könnt ihr mal nach oben kommen? Wir haben gewonnen! Na Garnis! Wir haben gerade mal einen Punkt gerade gehabt! Ach so! Recht! Oh shit sie ist riesig! Ey die kommen nach unten! Auf Kate! Auf Kate! Auf Kate! Okay! Okay! Ok, Diana ist da noch. Diana? Ist sie nicht in dem Tunnel gestorben? Die, die, die Prinzessin? Ja. Ist glaube ich in dem Tunnel, äh, in den Tunnel gegen den Baum gefahren. Ja, in ihrem Porsche. Weg, 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 weg. Einnehmen, einnehmen. Komm da wohl. Oh, Yord is mine! Uh, der Zornjax ist so übel, Alter. Ja, da macht er einen Kritt am letzten Ding. Ja, wir haben gewonnen. Wir hätten oben besser deffen sollen. Deft unten den Shit. Vier Sekunden oder so. Schafft er nicht. Halt ihn auf! Habe ich doch. Und gewann! Pum, gewann. Ja, easy, easy. Ich will erstmal essen. Ja, da hast du gut mitgedacht.